Herzlich willkommen aus München. Bei mir ist heute John Budreski, der neue Vorstandsvorsitzende von N-Wave, dem Dehydrierungsspezialist aus Vancouver. Wir hatten mit Brent Charlton und John McNichol schon einige Interviewpartner von N-Wave hier. John Budreski ersetzt den alten Vorstandsvorsitzenden John McNichol. Ja, wer ist John Budreski? John, guten Morgen. Es ist uns eine Ehre. Zuallererst, wer bist du, wo kommst du her und wie willst du den Erfolg von N-Wave vergrößern? Ich bin gebürtiger Kanadier und lebe auch dort. Gearbeitet habe ich in Calgary, Toronto und auch an der Wall Street. Aktuell bin ich in Vancouver, um N-Wave voranzubringen. Ich kenne John McNichol seit acht Jahren und es ist wirklich sehr eindrucksvoll, was er geleistet hat und wo N-Wave nun steht. John hat mich kürzlich gebeten, seine Firma zu übernehmen und auf die nächste Stufe zu bringen. Das hat mich sehr gereizt und deswegen bin ich hier. Die Firma vorwärts bringen, das klingt gut. Bist du nicht auch Ingenieur? Ja, ich bin Ingenieur und habe sechs Jahre im Erdöl-Bereich für Maschinenbau gearbeitet und etwa 25 Jahre im Investmentbereich. Ich liebe es, etwas mit meinen Händen und Maschinen zu machen. N-Wave ist also ein Schritt zurück zu meinen Wurzeln. Für mich klingt das nach einer guten Kombination. Viel Erfahrung im Finanzbereich und im Maschinenbau. Beides braucht N-Wave in Zukunft. Kommen wir nun zu N-Wave. Was ist der aktuelle Stand und was sind die Pläne für die nächste Zeit? Meine Karriere ist geprägt von vielen Firmengründungen. Ich mache das gerne. Manchmal repariere ich schlecht laufende Unternehmen und ab und zu nehme ich Firmen und skaliere deren Geschäft. Genau das hat mich zu N-Wave gebracht. Die Firma hat ein riesiges Wachstumspotenzial und was ich bisher gesehen habe, wurde bereits gut vorgearbeitet. Die Kommerzialisierung der Produkte steht im Vordergrund. Diese werde ich also vorantreiben und den Prozess beschleunigen. Weniger forschungsorientiert, mehr einnahmenorientiert. Mehr einnahmenorientiert, das hören Aktionäre doch gern. Was heißt Einnahmeorientierung konkret? Und wie lief das erste Halbjahr um? Was ist noch geplant? Was waren die ersten sechs Monate dieses Jahr so far? Im ersten Halbjahr ist nichts Besonderes passiert und ich habe noch keine Vorhersage für das zweite Halbjahr oder das nächste. Was ich aber weiß, ist, dass unsere Produkte ein breites Angebot für Nahrungshersteller, Pharmaunternehmen und weitere Branchen darstellt. Meine Arbeit wird es also sein, die aktuellen kleinen Forschungskooperationen in große Einnahmeströme umzuwandeln. Das Geschäftsmodell ist nicht der Verkauf von Technik, sondern die Generierung von Lizenzgebühren mit unserer Technologie. In besonderen Fällen werden wir auch Technik an Partner verkaufen. N-Wave war schon einige Male in Deutschland und ich erinnere mich an Proben von dem Produkt Moon Cheese. Der war wirklich köstlich. Ich glaube, das ist ein fantastisches Produkt. Ich habe gehört, ihr habt ein Testprogramm mit Kroger in den USA. Ich habe gehört, ihr habt ein Testprogramm mit Kroger in den USA. Wie läuft es damit? Natürlich weiß ich, dass sie keine konkreten Verkaufszahlen nennen dürfen. Kommt es gut an? Es gibt zwei Begutachtungen. Die erste ist meine persönliche. Ich habe das Produkt Moon Cheese im Bekannten- und Freundeskreis getestet und die Rückmeldung war überaus positiv. Selbst ein echter Käse-Fan war überzeugt. Bei der anderen Betrachtung haben wir bis jetzt keine schlechten Rückmeldungen, also alles im grünen Bereich. Kannst du noch mehr zu der pharmazeutischen Verwendung sagen? Also zu deinen Partnern Sutro Bio-Pharma und Merck. Da kann ich nicht viel zu sagen. Da es ein sehr langlebiges Geschäft ist. Wir können kurzfristige Geschäfte im Nahrungsbereich machen, aber im pharmazeutischen sind diese langfristig. Das muss aber kein Nachteil sein. Wenn einmal ein Geschäft aufgebaut ist, ist der Produktzyklus länger und die Margen sind größer, denke ich. Ihr habt kürzlich eine Finanzierung gemacht. Was ich persönlich gut finde, ist, dass du bereits vor dem Antreten des Jobs Aktien erworben hast, ich glaube im Wert von 150.000 Dollar und das zu einem höheren Marktpreis von 1,35 Dollar pro Aktie. Das zeigt, dass du sehr überzeugt bist. Dazu gibt es einige Dinge zu erwähnen. Ich war sehr beeindruckt, als ich vor einigen Jahren John McNichol kennengelernt habe, als Person und von seinem Unternehmen. Also habe ich sofort ein paar Aktien für ungefähr 80 bis 100.000 Dollar gekauft. Bevor ich diesen Shop angetreten bin, habe ich dann nochmal 150.000 Dollar investiert und ich war froh darüber, über den Marktpreis zu kaufen. Denn ich bin nicht in diesem Unternehmen, um aus 1,30, 1,50 zu machen. Ich habe bei 1,35 gekauft, obwohl der Kurs bei 1,25 lag. Denn ich möchte den Wert um mehrere Dollar steigern. Also haben diese paar Cent mehr Wert keine Bedeutung für mich. Das hört man doch gerne, gerade weil ich auch Aktionär bin. Ein größerer und langfristiger Horizont mit, sagen wir mal, 3, 5 oder 10 Dollar. Wie auch immer. Hoffentlich entwickelt sich das Geschäft in diese Richtung. Wie sehen denn die kurzfristigen Ziele aus? Da gibt es einiges. Ich möchte, dass das Unternehmen funktioniert und effizient arbeitet. So war schon immer meine Herangehensweise. Zum Beispiel kann die Kommunikation verbessert werden. Wir arbeiten mit Maschinenbau Binder hier in München. Und wir wollen diese Zusammenarbeit noch intensivieren und Synergien ausbauen. Ich werde dort nach dem Interview vorbeischauen und mir einen persönlichen Eindruck verschaffen. Binder hat eine sehr traditionelle Geschichte und N-Wave ist ein relativ junges Unternehmen. Wir von N-Wave haben viel neue Technologie. Binder baut auf eine lange Maschinenbaugeschichte. Es gibt also reichlich Möglichkeiten, die Synergien auszubauen und beide Unternehmen zu ergänzen. Und das werden wir voll ausreizen. Zusätzlich möchte ich das Tempo bei der Findung von neuen Partnern erhöhen. Und ich möchte den Produktprozess, also schneller durch die Test-, Pilot- und Recherche-Phase kommen, und damit schneller in die Lizenzierung kommen. Ich werde also in den nächsten Monaten meine Zeit darauf verwenden, dies zu erreichen. Kommen wir nochmal zur Finanzierung. Ihr habt genug Geld, um die Projekte weiter voranzutreiben, bis ihr profitabel seid. Ist das richtig? Das ist meine große Hoffnung. Ich denke, wir schaffen das. Wie groß sind die Geldreserven? Circa 8 Millionen Dollar. Und laufen der Kosten von 4 Millionen? Diesem Thema werde ich mich ebenfalls widmen. Ich möchte sicherstellen, dass jeder Dollar, den wir ausgeben, sinnvoll ausgegeben wird. Großartig. Danke John für das Update. Um ehrlich zu sein, gefällt mir, was ich höre. Mir macht N-Wave sehr viel Spaß. Ich habe eine Leidenschaft, Unternehmen aufzubauen, und ich habe eine Leidenschaft, Unternehmen aufzubauen, die sehr solide und wachstumsorientiert sind. Und N-Wave ist so ein Unternehmen. Als mich John McNichol fragte, ob ich im Vorstand aktiv sein möchte, habe ich sofort gesagt, dass das etwas ist, was ich definitiv machen möchte. Das Unternehmen mit seinen Produkten sieht super aus, und ich freue mich, meine Fähigkeiten mit einbringen zu dürfen und habe bereits in den wenigen Wochen viel Spaß an dem Unternehmen. Du bist also voll dabei? Ich bin voll dabei. Vielen Dank für das Interview. Hoffentlich können wir dich bald wieder hier begrüßen, und dann kannst du vielleicht schon mehr Zahlen nennen. Mir gefällt, dass du dich gleich mit Binder zusammensetzt, Aktionäre triffst und dich um alles kümmerst. Hoffentlich habe ich in den kommenden Monaten viel Gutes zu berichten. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, John. Meine Damen und Herren, das war John Budreski, der neue Vorstandsvorsitzende von N-Wave. John ist voll dabei, hat selbst 150.000 investiert, bevor er bei N-Wave angefangen hat. Was ich persönlich sehr gut finde, da es echtes Engagement zeigt. John möchte die Geschäfte beschleunigen, die Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen schneller in Lohnen der Lizenzen umwandeln. Das ist etwas, was die Aktionäre und wir gerne hören. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.